Ja, hallo Leute, jetzt willkommen zurück zu SCP Containment Breach und es geht wieder los Oh nein Da hat SCP wieder zugeschlagen, ich habe mir diesmal eine Keycard Omni und eine Gasmaske Ausnahmweise gescheatet Oh mein Freund, nicht mit mir, hast du das gesehen? Das ist einer, ey, wir machen das schnell Ich glaub gar nicht, wie nervös ich schon wieder bin Alter, ich habe so Schiss Nee, 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 mein Freund, SCP nicht mit mir Uh, neat War nicht so neat, denn dahinter ist SCP Mal schauen, ob wir das schaffen Bevor der Glas zerschl Oh nein, auf keinen Fall umdrehen Niemann hat er es sich Mach die Tür auf, Frankie Boy Oh fuck, oh man Ich hasse das Geräusch, wie auf einmal Indien steht Ja, er hat die Tür schon wieder aufgemacht, Alter Ich höre die Rohre flüstern, egal, ich geh jetzt hier lang Was hat denn? Object Class What? Achso, er Oh nein, jetzt habe ich das Scheißvieh am Hals Oh Leute, ich habe so eine Angst Oh, hier ist es einfach SCP steht auch mal gerne hier um diese Ecke Okay, speichern, F5 So Och nee, nicht solche Räume Hm Nope Ich gebe bestimmt nicht vor den Keller, wo ich suche Gut, der ist nicht da So, schön durchlaufen jetzt Nein, 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 nein Mann, fuck you Mach das nicht nochmal mit mir, Game Dieser hässliche Fuck-Sound, ey Leck mich an meinem Arsch Wo sind wir denn jetzt? Schon? Wir sind bei den Omega Warheads, Alter Wollen wir mal runtergehen Die wollte ich euch mal zeigen Die sind cool Hier kommt nämlich SCP auch nicht rein Sagte er uns starb 2 Sekunden später Dann hole ich, wenn ich jetzt gleich sterbe Okay, los geht's Mal schauen, ob wir da was machen können Ich weiß es nicht Die Omega Warheads Ich höre SCP auf jeden Fall Der kann hier aber nicht rein Weil der braucht eine Keycard Vielleicht hat er auch eine Omnikar Wie ich Auf jeden Fall Ihr wisst sicherlich, was das hier ist Das ist eine wunderschöne Atombombe Was war da was, Alter Oder kriege ich jetzt gerade nur ein paar was Und auf die sind Guck, die sind beide auf So, jetzt haben wir mal ausgemacht Einfach mal umdrehen Nuklear Device Dokument Okay Auf jeden Fall Wird SCP echt gerne rein Hör ich schon Ich drück mal wieder F5 Wobei SCP-173 nicht mal das Schlimmste ist Das Schlimmste Vieh ist echt Ready, Calary, Alter Dann dieses komische Kackvieh, wovon ich die Fresse sehen darf Da liegt Blutofenbohnen By the way Ich weiß nicht warum Ballistic West, cool Guck, hat sich doch schon wieder gelohnt Ich hasse diese Sounds, Alter Hm, die Tür ist so, okay Das ist so Äh, tut mir leid Wenn ich jetzt nicht so gut am kommentieren bin Leute, aber das hat einen speziellen Grund Oh mein Gott, Alter Hi Entchen Oh mein Gott, nein Wunderschön Warte So, iPod wieder angemacht So, weiter geht's Wunderschön Das ist der Computer Hier liegt ein toter Mann Warum ist er tot, der Soldat What? Ist die Tür wieder zugegangen, Alter? Die Geräusche Man bin immer nervös Ah, genau, ich glaube, wir können hier noch gar nicht hin Wir müssen nämlich erst irgendwas deaktivieren Deswegen gehen wir später nochmal hin Ich werde es nicht abspeichern Ich habe nämlich gerade ein ungutes Gefühl Weil wenn ich schon eine Leiche liegt, Alter So, schnell wieder raus Wir sind Ach, Entchen Auch er schon wieder hier Brauchen wir aber nicht Nee, Quatsch Gehen wir mal weiter Gut, dann wissen wir schon mal, wo der Computer ist Der Computer brauchen wir später, um aus der Anlage zu fliehen Der öffnet uns nämlich eine Tür Hm Das irritiert mich aber, warum liegt die Blut? Hallo ISP, ISP ist nicht da gut Da wird sich wohl irgendwo nach unten verzogen haben Der Pisser Oder da steht die wieder um die Ecke Ja, da steht das Nee, doch nicht Blinzeln Safe Jetzt gehen wir mal links Nee, links kam man, ne Also gehen wir geradeaus Geradeaus war Rally Gut, dann müssen wir mal links nochmal weiter gucken Da war nämlich auch noch einiges Wisst ihr, das Schlimme ist ja nicht, wenn euch das Vieh verfolgt Das Schlimme ist, wenn ihr nicht wisst, wann das Vieh wieder auf Kreuz Okay, das habe ich Ach ja, mal die Page Die wollte ich auch mal zeigen Habe ich euch, glaube ich, noch gar nicht gezeigt Wir machen gerade so eine kleine Rundführung Und eine Anlage Oder glaube ich gerade Die Page ist auch cool Ich bewege mich jetzt nicht, ne Nur zur Info Aber ich kann noch gegenlenken So ist es nicht Die Page macht folgendes Dafür braucht ihr einen Ring Ja, soll ich euch die Page mal zeigen, alter Dafür müsst ihr aber abspeichern Komm, ich speichere mal ab F5 Und da zeige ich euch mal, was die Page kann Außer komische Geräusche machen So, ich link jetzt mal einfach gar nicht Und dann passt mal auf, was jetzt passiert Nee Das ist so großartig Das ist so großartig Ich glaube nicht, dass ich das nicht machen kann. Ich habe keine Wahl. Ich bin schon ein bisschen krank, oder? Das macht keinen Sinn. Oh, ey. Störvater passiert euch in echt, Alter. Das ist nicht möglich. Und ich bin tot. Schon eklig, Alter, ernsthaft. Ja, deswegen sollte man auch niemals diese Seite ohne den Jadering benutzen. Wir können auch den mitnehmen hier. Wir können auch nicht viel machen, leider. Aber wir können wieder abhauen und sagen, bis zum nächsten Mal. Böse Seite. Naja, Leute, du ist satt. Ich glaube, wir dürfen auch nur mit Level 2 erst rein oder 3. Na, witzig ist, dass wir, glaube ich, mal was ordentliches finden werden. Guck mal hier. Ach, hier sind wir. Ach, hier war... Hier war doch Dings, ne? Oh, stimmt ja. F5. Aber Leute, das ist ein richtig guter Map-Seed hier. Wir haben hier einmal den Computer schon gefunden. Das Einzige, was uns jetzt noch fehlt. Das ist der Ausgang. Ich glaube, das war Gate B oder was. Und... Ja. SCP steht dahinter schon wieder. Dieser kleine Pisser. Wenn ich jetzt die Tür aufmache, pack mal auf, was steht da da? Hier um der Ecke steht da dran. Guck da hängt schon dran an. Ach du Scheiße. Ich habe zu Glück. Guck. Und... Es ist nach... Es ist nach... Sö. wir nehmen uns hier so ein sdp vor 20 jay und dann leute mehr dass das zum gülder schiebt ihr merkt schon es wird zeit feierabend zu machen leute ich bin übelsten ich weiß folgende sachen brauchen wir noch wir haben den computer gefunden wir müssen nur die elektronische sperre deaktivieren dafür müssen wir in den strom müssen wir stromkasten finden genauso wie bei den omega warhead launchern da ist alles in ordnung mit der einzige was uns jetzt noch fehlt ist eine burned note von radicallery und dafür müssten wir bei radicallery in seine opferzone rein ja da kriegen wir eine not damit können wir dann ein kiko besorgen da und da mit diesem kiko können wir dann zum ausgang gut leute ich hoffe ihr hat heute dieser part gefallen vielleicht schaffen was das spiel durch zu zocken das ja noch mal richtig weiß wir sehen uns aber nächstes mal wieder und bis dahin leute haut rein und schau